Wisst ihr, was ich schon ganz lang suche? Sandalen oder Pumps, die mir natürlich gefallen und vor allem nicht sündhaft teuer sind. Deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich mal zum Tamaris. Das ist nämlich ein neues Geschäft im ersten Stock vom Kauf aus Tirol und Europas Schuhmarke Nummer 1. Und da werde ich doch hoffentlich endlich was finden. Bis zum nächsten Mal.